Das Mozarthaus, wo einst das Bäsle wohnte Im Jahr 1719 wurde in dem kleinen Handwerkerhaus in der Jesuitengasse Leopold Mozart geboren. Bekannt wurde er vor allem durch seinen Sohn Johannes Chrysostomos Wolfgang Gottlieb, besser bekannt als Wolfgang Amadeus Mozart. Im Alter von 18 Jahren verließ Leopold die Freie Reichsstadt, um in Salzburg Philosophie und Jura zu studieren. Doch bald schon galt sein Interesse der Musik. Für den Erzbischof von Salzburg waren die Mozarts kaum mehr als Lakaien. So verwundert es nicht, dass Leopold seine Kontakte nach Augsburg nie abreißen ließ. Er bezahlte sogar regelmäßig Steuern an die Stadt Augsburg, damit ihm die Bürgerrechte erhalten blieben. Als Leopold im Sommer 1763 mit seiner Frau und den beiden musikalischen Wunderkindern Wolferl und Nannerl zu einer mehr als dreijährigen Europa-Reise aufbrach, besuchte er zum Auftakt der Reise seine Vaterstadt. Dort kaufte Vater Mozart bei dem Klavierbauer Johann Andreas Stein ein artiges Klavierl, das dann gleich mit auf die Reise gehen musste, damit die Kinder täglich üben konnten. Auf der Heimreise machten die Mozarts am 6. November 1766 nochmals Station in Augsburg. Ein wichtiger Einschnitt im Leben des Musikgenies Wolfgang Amadeus Mozart war sein Besuch in Augsburg im Oktober 1777. Er befand sich auf der Reise nach Paris, als er erneut in Augsburg vorbeischaute. Bei dieser Gelegenheit begegnete er erneut seiner um zwei Jahre jüngeren Cousine Maria Anna Tekla, die mittlerweile zur jungen Frau herangewachsen war, das Bäsle. Die Nachwelt kennt diese Cousine aus der umfangreichen Korrespondenz, die bis heute erhalten blieb. In einem Brief an seinen Vater schrieb Amadeus, Heute werden in dem Haus Bücher, Briefe, Notenblätter und Musikinstrumente gezeigt, darunter das bereits erwähnte Klavikord aus der Werkstatt von Meister Stein.